hallo und herzlich willkommen zurück zu small land wo wir wollten den den hier bauen oder das hier und verfeinertes holz das ist immer das ding 0 von 10 auf einer das holz und 5 rinde jetzt habe ich wieder ausgeworfen ich habe es komplett reingetan okay mit schiff war das links klick so fünf rinde und städigen und hierhin packen dann steine habe ich das andere was waren das andere nur zwei saaten oder nur zwei saaten in sorten drin ja auch nicht weiß die gleiche drohe ist jetzt keinen sorten drin das kann raus das kann raus holz kann raus 13 knucklochplatte auch keine saaten drin jetzt aber und ich war es ist ja schon wieder die gleiche truhe zu fassen was dann kuldung arbeiten habe ich die nicht eben da hinten irgendwo reingepackt aber auch keine saaten richten saaten her aus roggen hier gibt es keinen roggen oder wenn jetzt hier oben da gab es roggen ist das übel okay das heißt das ding können wir uns noch nicht bauen ich habe nur zwei verfeinerte holz was nicht gut ist ich noch eine kiste bauen fasern und holz da mache ich jetzt eine steinkiste fasern und holz fasern und holz noch mal zwei sicher ist sicher nicht genügend material ich habe ruhig okay die kronkorken waren hier hinter irgendwo hier hier noch so schönes drin bulldog ameisen mann tippeln warte mal haben wir den nicht auch da tun ja wahnsinn ich nehme die hier wieder raus äh ich habe sie alle rausgenommen geil ist das denn ey voll zwei saaten ameisenköpfe okay dann raus so dann also manchmal ne nervt mich das das sind neue sachen und ich habe die hier drinnen glaube ich wie ohne blätter und nur blau blatt so holz war in der zweiten kiste holz und faser habe ich hier noch rinde hatte ich die denn drin da ja stimmt die war hier drin rinde ja auf einer das holz ist da eins drin bei drei und käferwurst brauche ich käferherz das käferwurst käferherz und brauche ich noch äh was war das andere fett zeugs das manchmal käferwurst die käferherz weg sind wo essen habe ich jetzt eigentlich genug da du kommst dann da hin du füllst dich damit auf was nicht geht hallo jetzt schon wieder los ok das fett noch mal hier ok dann warten suchen wir müssen saaten suchen wir müssen schlafen ich falle es ist schon tag noch nicht ganz so wir müssen aber wir wollten wir müssen nicht wir wollten zu trustana ja das wäre diese richtung ja denn auf geht's ich möchte bitte zu den wurzeln auf geht's unterwegs sammeln mir noch saaten saaten gibt's von mon völlig weiß nicht so viel kämpfen so in die richtung hier raus ne ich kann hier gar nicht raus warum ist dann hier dann ein Ausgang den check ich nicht grüß dauerne ich komme warten ne das war hier nicht der Fall was ist das für ein Ding Setsling den hatte ich ja auch noch nicht ne ähm oh viel Fasern viel Holz und uiuiui das ist ja richtig ergiebig also Setzlinge finden wenn wir Material brauchen brauchen wir Setzlinge ok oder war mal reichen ich muss in die richtung jo warte mal von rocken gab es nicht von rocken saaten ach ne schwert warte ne mal war rocken von rocken gab es glaube ich mal immer ja gleich saaten einmal nicht viel saaten zweimal also habe ich frei die Knoblauchpflanzen gibt es auch nicht überall ne dich wollte ich gar nicht wenn dann den rocken den habe ich durch ok wie diese blöde kopf äh dieser köpfer sieht man nicht nicht ins wasser fahren auch nämlich zu dass hier wasser ist trostana 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 hier war ich auch noch nie lebt ihr eigentlich schädigen oder so was waren sekten hier seht mir aber nicht sehr friedlich aus wir müssen in die richtung schädigen und das bienen wird jetzt nicht gekämpft hier ist ja bienen city so hat geklappt ist die richtung geht das jetzt weiter so hier sieht es mir nicht gut aus hallo mache ich nicht macht ihr auch nix ich glaube das ist das tor da ist trostana ich habe trostana hier saaten gibt es hier wenn ich da hinten auf dem baum gehe und da meine basis aufschlagen er ist erst nicht darin so seid ihr weg was das denn ein honigstücke klauen klau erst mal ich komme hier ums eck und klau erst mal alles servus wer bist du ich bin trostana willkommen in unserem wunderschönen zu hause drumherum schlürft den honig bin lebst hier mit all diesen bienen sind sie denn nicht gefährlich was in meiner freunde sie helfen mir sachen zu machen wie etwa diese wunderschöne rüstung ok könntest vielleicht noch eine rüstung machen okay so ich brauche bienenköpfe habe ich ein paar chitin habe ich auch stoffstücke habe ich nicht das ist das doofe stoffstücke ja stoffstücke ich glaube da braucht man die weberei für ne also trostana du hast mir jetzt nicht gerade weiter geholfen wenn sie aber sagt geldeschutz 3 schutz 5 wäre das jetzt nach 5 wir schon schon ding dann könnte es doch sein sie auch ihnen gibt da unten sieht es mir nicht nach spinnen aus aber wir könnten unser lager dahin verlegen an dem baum schau mal sicher 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 hier nicht noch tausend mal hin ja ja macht mir halt nix noch nicht außer ich brauche in die bienenteile wenn jeder eingang und jeder eingang aber keine knoblauch dinge junge 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 ich bin wahrscheinlich genau in die falsche richtung gelaufen gut möglich ja ja warum packt ihr hier die backen backen was in der wands junge junge also wo geht's denn hier hoch ja voll schwierig irgendwo hoch gehen wo bin ich hier was tue ich hier wenn wir sind hier rote arbeiten und honig also honig kann man sich hier nicht beschweren jetzt muss es doch hier irgendwo bin ich wieder hier kann man vielleicht den baum nicht erklimmen dass wir nicht ernst die bienen die bienen mal da kommt doch dieses ding runter ne was sich um jeden baum rum schlängelt geht dann da lang ich sehe auch kein ballon vielleicht kann man hier gar nicht hin ja schlängelt sich darum nicht wenn man da hoch springt es könnte sein das habe ich ja nicht getestet die ist ja immer noch da und da ist das ding ich bin oben baumlager verlegen mache ich in jeder folge oder ich möchte diesen baum und eigentlich ne müsste ich ja das horn noch hier unten abgeben also da bin ich doof jetzt bin ich hier ach bin ich doof haben wir irgendwas neues gekriegt wo wir hin sollen nö naja und da sieht es aus als würde es nicht weiter gehen äh aber es wird dunkel es wird Tag war ich im Dunkeln unterwegs also irgendwas stimmt hier heute mit dem Spiel nicht guck mal wird doch eindeutig dunkel okay äh möchte gerne hoch äh ne ich habe keine Saaten brauchte doch zuerst noch Saaten das war doch das Ding wenn ich jetzt hier runter laufe wo komm ich da raus guck mal da ist Rocken Rocken ist gleichbedeutend mit Saaten okay also ach das mündet hier und ich muss dann also ich muss immer hier hochklettern okay gut zu wissen äh war Rocken mit Saaten ja ich glaub schon noch zwei Saaten rieche raus ja denn ein Saaten Samen warten das Wort gibt es doch gar nicht einen animal war gar nichts zwei vielleicht noch mal ein bisschen Honig mitnehmen okay 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 wo ist eigentlich bis jetzt morgen bleib hier du Saaten ist ja morgen dunkler tagsüber tagsüber ich muss hier hoch ne okay da muss ich beim nächsten Mal wieder Baton abgehen ach nee wir erkunden uns erstmal hier oben wir waren hier noch nie also erkunden wir erstmal hier so und nö Ende jetzt hier nicht weiter da komme ich ja im Leben nicht hoch und da kommt ihm leben nicht lang wenn wir da runter muss ich halt da hoch war doch so darunter gekommen aber noch mal hoch aber hier nicht hier nicht ach menno hier zwar runter aber nicht mehr blöder baum weil ich hätte ich den so holen soll ich habe hier die besten wachen der welt der anfang von mir und jetzt habe ich mich hier stro stauner hier um das schwert kaputt schlagen das sieht so aus die symbol für alles zu haben ja wenn ich doch hier bei tostana stoffstücke brauche das sieht mir bekannt aus aber ich sage nicht was es ist daten habe ich will den apothekertür sparen jetzt habe ich glaube ich auch genug und ich komme nicht mehr auf mein baum das ist echt irre wo hat die denn hier gebaut ist das ein piknik tisch so aus kann man sich ja mal angucken wenn man wenn man hier irgendwo kommt das war es dann bei oder auch nicht ich bewege dich okay das sieht hier aus wie ein piknik tisch ich habe mal eine coole aussicht wer hätte das gedacht dass ich da nicht hochkomme jetzt mehr denken können die runterfalle bin ich uchigato kabuto das machen wir nicht auch schön mal hier zu sein mensch okay das dilemma müsst ihr euch nicht angucken ich sage mal ich bedanke mich für das zuschauen wir sehen uns dann morgen wieder gehabt euch gut und tschüss euch